1, 2, genau, 1, 2, dass man erstmal ein bisschen diese Sicherheit kriegt. Und hier bei dem, jetzt gucke, wenn er kommt, gar nicht so sehr hier so viel Ruhdampf. Also wenn immer ich hier ruhe, dann bringt das Hose unruhen, einfach hier ein bisschen halten, wenn er Druck macht, denke ich es an meinen Fuß weiter, aufnehmen, also seine Kraft aufnehmen, aufnehmen, wechseln, später, aber auch mit dem Aufnehmen arbeiten, aufnehmen, aufnehmen, 1, 2, 1, 2, jetzt wechseln. Ja, dann anfangen wir auch ein bisschen zu muttern, wir können mal in die Kreisbewegung. Dann wieder in die Schlagbewegung gehen, Kreisbewegung. Manchmal folgen. Okay, das ist gut. Okay. 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 Okay.